Nächstes Mal prominent, getrennt, enthemmt, verklemmt, wenn der da jetzt noch einen Spruch bringt, dann klatsch ich ihm eine. Lauf hier nicht so rum und tu so, wie dass du hier die heilige Maria bist. Das geht mir auch für diese Sack, Alter. Außerdem Klötzchenkoller. Ich vermagel nicht so viel. Mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck nicht. Fies immer Tenten. Die kotzen es alle so an, dass wir noch da sind. Solche Leute trauen so frech zu sein, die einfach nur nix geleistet haben. Ich bin so mit in den Arsch. Wenn der nominiert wird, der wird hier richtig durchträgen. Und der nächste Grillabend. Guck mal ehrlich, deinen Schoß und an die Leine. Ihr seid einvergossen Kinder, Digga. Das ist einfach Abschaumverhalten. Geisteskrankheit. Wie sie alle bellen jetzt. Jetzt sende Pause, ich rede. Geisteskrankheit. Untertitelung des ZDF, 2020